so hallo ihr hört mich diesmal richtig wir machen weiter bei mario maker 2 und ich glaube wir spielen einfach ein bisschen versus da kann ich mich schön aufregen weil ich sowieso leicht angepasst bin und das passt doch ganz gut zum quatsch die die aufnahme 303 habe ich mit den worten begonnen man sollte auch das mikrofon einschalten wenn man aufnehmen will und ja das habe ich getan das ding ist dieses capture video ding hier von elgato man muss extra einschalten dass das mikrofon aufnimmt sonst nimmt das mikrofon alleine nicht auf so das ist ja okay hatte ich vergessen die erste minute von der letzten aufnahme deswegen das wollte ich sagen ja natürlich leckt das erst mal ja klar deswegen ich merke konzentrieren und spielen also reden und spiel um mein gott aber der kann ja gar nicht auf mich gehen der typ der muss ja auf irgendeinen schlüssel heinz gehen und ja holt ihr den typ mit dem schlüssel so ist gut so ist gut lass mich in ruhe und heute den typ mit dem schlüssel der 2 nein nein gibt mehr punkte jetzt also nicht nicht punkte aber zwar das verlieren wir nicht so viel okay jedenfalls muss ich dieses mikrofon einschalten so also auf den knopf drücken dass das mikrofon aufnimmt eigentlich war das level okay das habe ich getan was ich nicht beachtet habe war dass er nicht mikrofon usb headset anzeigt sondern er hat mikrofon realtech angezeigt und das ist einfach das laptop mikrofon und dadurch habt ihr mich kaum gehört und dadurch war die aufnahme ziemlich versaut und und dadurch war dann im prinzip auch meinen abend versaut also ich war bis gerade eben einig nicht so gut drauf sagen wir es mal so und das ist dann schon was wo ich mir dann denke ich wollte spontan aufnehmen damit parts da sind damit irgendwas da ist weil ich gemerkt habe okay wir haben keine parts mehr also habe ich spontan aufgenommen und das resultat vom der ist sieht komisch aus und das resultat vom spontan aufnehmen dass ich danach schlecht drauf war super das hat es auf jeden fall gebracht ja also keine ahnung jetzt solltet ihr wieder was hören und ich weiß in zukunft wer bin ich denn ich dachte ich bin mario scheinbar nicht ja dann hat sich das jetzt erledigt super was wollte ich noch sagen ich habe jetzt von nichts von dem level gesehen deswegen gewichen mittel ja ich muss halt darauf achten dass der usb headset steht wenn ich aufnehme so das ist alles auf mehr muss ich nicht achten dass das ist alles es ist es ist so ärgerlich es waren ein esse ich fand die zwei parts halt nicht schön und gut glaube ich keine ahnung und und dann dann so was das das war so ein richtiger dämpfer das war so ein richtiger dämpfer so du lädst die parts hoch schnell denkst du okay cool du hast jetzt zumindest noch am abend einen part hochgeladen wenn schon nicht vormittags und dann hört man nichts ich meine ihr konntet das gameplay sehen das ist vielleicht auch irgendwas gewesen und ein bisschen was hört man von mir aber nicht viel am ende der letzten folge frage ich euch ob ihr von superbo ich weiß ob man das gehört hat die super welt sehen wollt das heißt jetzt frage ich euch noch mal wollt ihr von superbo die super welt sehen dann können wir das gerne spielen vielleicht hat uns auch gehört ich weiß es ich habe jetzt nicht jeden teil angehört das meiste war sehr leise und jetzt sehe ich es ja ich sehe jetzt ja dass es ausschlägt bis zum geht nicht mehr es schlägt aus und das hat es natürlich bei dem retec nicht gemacht ich muss einfach nur ein paar mal hingucken dann sehe ich sowas auch so ärgerlich und auch noch was auch noch dazu kommt bei dem retec mikrofon war die einstellung nicht aktiviert weil der das scheinbar pro mikrofon macht dass der in game sound leise wird wenn man redet sonst hätte das ja auch noch mal dafür gesorgt dass man nicht besser hört aber nein hallo kann ich bitte ja was ist das denn hier kann ich bitte da rein jetzt 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 die münzen okay okay ich war gerade so hey wie komme ich darüber aber die münzen gehen ja weg nice ein erfolg in dem video reicht bin schon zufrieden es ist es ist einfach so ärgerlich dass mir immer so ein scheiß passieren muss es ist weil man weiß auch nicht mehr vor allem ärgert es mich halt das habe ich so gar nicht angesprochen ich habe es ja nicht verstellt ich meine ich habe das letzte mal mit usb headset aufgenommen ich gehe halt davon aus dass das programm das schafft es beizubehalten aber nee es wird einfach das laptop mikro plötzlich erkannt ich habe jetzt auch nicht bei windows 10 irgendeine option gefunden für standardgeräte so was man sonst ganz einfach über über den audio generell über den audio manager einstellen kann das halt usb headset ein standardgerät ist für aufnahme habe ich nicht gefunden weiß nicht ob windows 10 danke für nix weiß ich ob windows 10 so was hat aber ich habe wie gesagt nichts gefunden keine ahnung naja ich habe eigentlich noch gar nicht so viel ich dachte ich brauche ewig um das alles zu erzählen aber irgendwie habe ich wieder viel zu schnell wahrscheinlich geredet immerhin hört ihr mich jetzt es ist es ist so ärgerlich oh nice es lenkt nicht okay ich bin totes da ist bestimmt ein schwert drin nice move it move it move it no wo muss ich denn hin hier rein ach da ja es hilft nichts jetzt läuft natürlich jetzt leckt es wollte mich ich bin vorne ich bin vorne ich bin vorne einfach durch nein ich hätte fast ich hätte fast den vorsprung haben können aber ich habe es wieder versaut natürlich okay der eine ist schon deine schon raus schnell rennen was was ist dein profil ah nein nein rennen rennen go oha oha wir müssen eigentlich nur warten bis der andere wieder umschwitscht ne nice ich bin erster nicht mehr scheiße ne ich nehme mich mit okay zurück damit nein da ist ein schwert das neue schwert neue schwert und okay der braucht das ich muss mir das schwert holen geht er weg du musst da weg sonst kommt dir kein schwert raus dankeschön und hoch und abflug nein 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 oh nein ich bin dumm mist hinterher die 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 okay go 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 Nein Oh nee das ist das für zum Ziel Oh nein Ja scheiße und wir kommen nicht mehr hin für multi leider nicht so schön für multi leider nicht so schön aber ein großartiges level ein großartiges level aber nicht für multi ärgerlich ärgerlich schade 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 aber es hat spaß es hat ja trotzdem spaß gemacht es hat also ja gut es hat so lange spaß gemacht bis zu dem letzten ding weil das ist halt ja ja das ist aber das kann der stelle ja nichts dafür dass er im multi gelandet ist es ist halt kein multi level es ist ja cool dass man am schluss noch die musik bekommt grundsätzlich ist das ja cool in dem fall war es es gibt halt echt nichts schlimmeres als eine aufnahme die du gut fandest und und dann ist einfach kacke danach das ist ein auto level und nein es wäre ein auto dafür was man hätte schaffen können weil man es einfach das ist für multis das herr kompletter misst schon mal naaa ärgerlich 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 bing 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 b nein das war dumm es war dumm aber ich meine es scheint ein level zu sein nein jetzt ist ein ganz anderes level ja tschüss luigi aber die anderen sind eh schon vor uns also es ist ein cooles level gar keine frage aber die flagge nehme ich mit dankeschön ok boss fein das ist jetzt auch der für multi kompletter quatsch da nein das noch ein schlüssel dort darf einfach noch ein schlüssel nein und wir haben den nicht dabei das ist ein softlock ja ich habe den schlüssel nicht dabei wie kann ich denn jetzt kann ich an der flacke neu starten hat der art wieder den schlüssel dabei wer wer ich hätte den e hätte den e gewährt so lass mich dadurch jetzt muss ich muss ja ich muss ja weg ok marius mitgegangen mal ist mitgegangen jetzt muss ich nur schnell zu klein jetzt go attacke nein jetzt kommt auch noch der dritte das hat sowas von nein go go ja oh mein gott diese schlüssel kämpfe es ist so dumm das macht für multi macht das leider nicht brauchbar das level aber es ist ein sehr gutes level gewesen mein gott mein gott oh mein gott never change multi never change das dass ich das hingekriegt habe okay gegeneinander nice power tech challenge klingt auch super wenn es jetzt gut gebaut ist top ja sieht gut aus sieht sehr gut aus so ich bin die rote röhre ich bin rot jetzt online geht er okay so dead und links werden sich schon mal gegenseitig komplett behindern was soll ich denn nicht tun ach ich bin ja dumm ich habe komplett vergesst dass man hochklettern kann scheiße oh no wie kann man denn das vergessen und nein ich war wegen den röhren irritiert weil der röhren waren so was soll das die röhren waren so was soll ich denn jetzt bin ich am höchsten weiß ich weiß nicht was ich anders gemacht habe aber jetzt bin ich am höchsten hä ach so nice okay nice das level ist nicht zu ende scheiße als kombi daran okay ich muss ich muss mit ich kann mir ja zeit lassen ich muss ja nicht hätte ich muss ja nicht jetzt nice ich muss mich ja nicht hätten es ist ja alles okay feuerblume ach so go 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 aber es ist eh keiner da so ich bin alleine hier ich weiß nicht warum die es nicht hier hoch schaffen weil es halt jetzt nicht das problem ist eigentlich hier hoch zu kommen aber irgendwie schaffen sie es halt nicht oh ne das fiese ist wenn man jetzt nicht so nah an einem anderen dran ist und ein anderer besiegt den dann kann es passieren ok den nehme ich mit ah shit dann kann es halt passieren nice dass man den schlüssel bekommt jetzt habe ich ihn ok ja ok aber ich weiß nicht warum die nicht hinterher gekommen sind bei Toadette und Richie ist klar die haben sich zusammen um eine Röhre gestritten das habe ich schon von Anfang an nicht verstanden aber der blaue Toad war eine Zeit lang recht weit oben dann irgendwie nicht mehr aber für Multi sehr nices Level wie gesagt bis auf den Schluss da ist es ein bisschen ungünstig ich glaube es kann passieren dass man den Schlüssel des anderen bekommt ich bin mir aber nicht sicher dafür bin ich wieder zu gut gebildet was das angeht so wir machen einfach weiter zwei oder drei machen wir noch und dann wieder bis wir gewonnen haben bis wir einmal verloren haben aber es läuft heute recht gut im Multi muss ich sagen es läuft heute recht gut gibt aber auch gab ja auch schon ganz andere Multi ne aber naja ich hätte gedacht ich reg mich mehr auf das ist das Gegenteil der Fall ich bin wieder gut drauf schlecht drauf wäre ich jetzt wenn diese Aufnahme hier versaut wird weil die Aufnahme finde ich bisher auch ganz schön das wäre jetzt schon schade wenn da wieder was schief läuft dann ist halt dann ist halt so kann ein so Ding kann dann halt echt den ganzen Abend versauen es ist halt ja es ist dann halt so aber so sollte das eigentlich so sein ich meine eigentlich ja nicht ich meine es ist es ist es ändert doch nichts an an den anderen Dingen so warum warum muss man deswegen komplett schlecht drauf sein so es ist doch sonst alles cool es ist doch sonst eigentlich alles einigermaßen okay keine Ahnung also gut alles cool ist gerade überhaupt nicht auf der Welt aber jetzt so auf das andere was ist das denn für ein level name autoscrolling ja gut also wenn das okay wenn das jetzt autos gold und man den pilz braucht ja dann gute nacht und dann kriegt nur einer den pilz das bin erstens ich nice ja dann komme ich dazu wohl durch wow nice toad aber das war wieder ein level also wieso baut man sowas wieso gibt es menschen die dann sowas hochladen das ist das ist weder für multi noch für sonst was wirklich gut man sollte ja gut also ich kann mir schon vorstellen wieso man sowas baut aber man sollte vielleicht einstellen können das level die man hochlädt einfach nicht so von selbst von sich aus ja das level die man hochlädt einfach nicht äh im multi landen können ne dass man sagt mein level ist nicht geeignet für multi also nintendo dieses level kommt da einfach nicht vor so ja man sollte das selbst direkt sagen können und gut dann gibt es natürlich wieder welche die es bewusst drin lassen weil sie halt nett nachdenken oder weil es ihnen einfach egal ist aber es gäbe sicherlich welche die so scherzlevel oder sowas dann schon aus dem multi rausnehmen würden einfach aus vernunft okay wir brauchen den schlüssel danke mario nice jetzt darf ich nur nicht sterben und hoffen dass der schlüssel notwendig ist für irgendwas das ist schon mal gut bin ich vorne mit schlüssel nice dann muss ich jetzt einfach ruhig spielen okay ich muss groß sein was ist das denn ich brauche einen pilz ich brauche einen pilz oder was ne hier kann hä okay ich brauche den schlüssel nicht Luigi go nein Luigi nein Luigi oh no oh no Luigi das tut mir leid ah vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen am Ziel zu warten weil ich gerade dieses Teamwork unten gelesen habe na so ein bisschen am Ziel warten wenn man eh schon sicher ist dass man gewonnen hat dass die anderen halt auch noch Punkte bekommen können das ist eigentlich sozial das sollte man also nicht Punkte bekommen aber dass sie nicht so viel verlieren können das ist eigentlich fürs Let's Play ein bisschen blöd weil dann müsst ihr warten aber spielerisch wäre das eigentlich der way to go ne dass man ein bisschen guckt dass die noch eine Möglichkeit haben denn wenn es andere machen würde man sich ja auch drüber freuen habe ich jetzt aber wieder zu spät geschaltet habe ich jetzt leider zu spät geschaltet ja 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 nice vier player ways das ist das ist das will ich lesen das will ich les solche level will ich spielen level wo ich einfach selbst Einfluss habe und keiner mich behindern kann genau sowas will ich spielen sehr schön jeder kann in eine Lücke rein ich bin ich bin blau und jetzt kann keiner mehr rumtrollen solange es vergebaut ist natürlich und jetzt geht es los hier die Eisblöcke sind fies aber es läuft ja nein ich baum bin grad selber ja kirche unter 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 Nice Hör, da ist mein Yoshi Ich muss drauf, ich muss drauf, Yoshi Zielbedingungen und so Runter Runter, 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 runter Nein Ab dafür Ab dafür Okay, go, 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 nice Immerhin noch erwischt, immerhin noch erwischt Huh Aber, Glückwunsch an den Sieger Verdient gewonnen Verdient gewonnen Schönes Level Gut, eins machen wir noch Beziehungsweise ab jetzt, bis ich noch mal verloren habe Dann bin ich zufrieden mit dem Part Das ist okay Man, viele Level, da muss man Und sagen, waren viele interessante, schöne Level dabei Und wir haben einen ordentlichen Schwung nach vorne gemacht Was die Punkte angeht Selbst wenn ich jetzt noch mal verlieren sollte War ein erfolgreicher Part Freut mich War ein erfolgreicher Part Mal schauen, ob er noch erfolgreicher wird Oder ob jetzt gleich das Ende kommt Ich muss gleich niesen vielleicht, eventuell Nicht sicher, bitte erschreckt nicht Falls es gleich passiert Ja, das sind coole Tags Und auch ein cooler Level-Name Ah ja Das sieht multitechnisch natürlich super aus Ich lasse euch mal vor, Leute Loll Loll Profis Okay, jetzt Vorsichtig Das Problem ist halt Okay, nice Gib mir den Checkpoint Yes Oh shit Ja, jetzt sind die Plattformen weg Loll Ich wollte gerade sagen Das Problem ist halt, dass der da vorne ist Ja, okay Ja Okay Haben wir irgendeinen Glückwunsch? Nein, wir haben keinen Glückwunsch Schade Hat er gut gemacht Aber ist für multitechnisch Level natürlich Quatsch Aber so einem Level will ich nicht aufhören Mit so einem Level will ich nicht aufhören Wir machen noch eins Mit so einem Level höre ich nicht auf Es sollte schon ein Level sein Wo ich auch das Gefühl habe Zurecht verloren zu machen Hier war es jetzt eher weniger davon Ah, ist aber ärgerlich Das ist ärgerlich Das Level, was wir gerade hatten Mit den Plattformen spielen wir auf jeden Fall auch gleich noch im Single Nochmal kurz Da will ich den Exit holen Ach, den Exit zeige ich schon Aber halt Äh Den clear Mario Kart Kalimari Oh, wir kriegen noch ein richtig geiles Level Nice Wir kriegen noch ein richtig geiles Level Awesome Nein, ich wollte da Nein, Luigi's tut mir leid Ich wollte da nicht rein Scheiße Ich wollte da nicht rein Ach so Ja gut, dann ist es Hä, dann ist es eh egal Hä Das ist ein Blödsinn Hey lol Wozu die einzelnen Entences Wenn eh jeder Einen Ballon kriegt Und nochmal Dazu kommt Das war es komplett No Aber das ist ein cooles Level Das ist in der Tat Ah, hier könnte jetzt jeder nochmal einen Ballon holen Wenn er ihn verloren hätte wahrscheinlich Keine Ahnung wie das passieren kann hier Aber gut Macht euch weg Oh Gott Scheiße Scheiße Ah, das ist schon ein cooles Level Coole Idee auf jeden Fall Nein, ich bin in den reingeraten Oha Oh no Oh, oh, oh Ich bin vorne Go Ja, go 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 Let's go So lange hinten Und jetzt plötzlich vorne Let's go Ab dafür Und jetzt habe ich ja keinen, der in mich reinbumpen kann die ganze Zeit Nice Ich kann nur selbst Nein, 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 nein Ziel Yes Yes Hier kann ich übrigens nicht warten, weil hier kann eh nur einer das Ziel erreichen Oh, ich bin so froh, dass ich Luigi nicht versaut habe Dadurch, dass ich in die Lücke reingefallen bin Ich dachte, das kann nicht passieren Ich dachte, das ist so gebaut, dass nur einer rein kann War es nicht Zum Glück Zum Glück war es dann anders konzipiert Das wäre so ärgerlich gewesen Wenn jeder so eine Runde gelaufen hätte Und dann wäre ich da mit Luigi gewesen und würde ihn behindern Das hätte ich nicht gewollt Ah, nice, wir haben gewonnen Damit spielen wir noch ein Level Sehr cool Boah, aber das, das Ich war ja die ganze Zeit hinten Und dann hatte ich den Glücksmoment gehabt Bei den, äh Bei den Clown Cars Konnte ich dann vor durchpareschen Nice Geschichte Sehr, sehr gut Rätsel automatisch Super Auto Level Beste Beste auf jeden Fall bei Okay, es ist kein Auto Level So, den Mickey hole ich mir Dankeschön Oha Das Ah, ja, okay Nice Mario hauft es einfach Komplett weg Okay, aber das ist in Ordnung Das ist in Ordnung Das ist ein dummes Level Da verliere ich gerne nochmal Was ist dann jetzt auch Okay, damit schließen wir hier ab Damit schließen wir hier ab Die Schlüssel war jetzt komplett useless, ne Die hat Luigi gar nicht genutzt Da hat er auch noch seinen Schlüssel um Gut Kriegen wir nochmal Punkte weg Ist okay Wir haben ordentlich zugelegt Und wie ich schon sagte Das eine Level möchte ich jetzt nochmal spielen Das mit den Plattformen in der Höhle Äh Ja, das da Genau Das sah nämlich grundsätzlich cool aus Nur für Multi halt nicht Aber grundsätzlich sah das cool aus Ja, die Plattform da unten war halt nicht da Na, das war das Ding Das war das ganze Level Wow Okay 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 Ja gut, er hat ja relativ schnell tatsächlich das Ziel erreicht gehabt Ja 9,33 Und ich hatte 11 Ich glaube, das kann man überspringen Ich glaube, das geht auch schneller Es wird keine 9 Das wird keine 9 Aber es ist schneller als gerade eben Es ist schneller als gerade eben Aber es ist noch keine 9 Wie nah bin ich jetzt dran 10,33 Genau eines Ne, Quatsch Genau, eine Sekunde ist blödsinn Aber weniger als eine Sekunde Muss ich noch nachlegen Kann ich von hier direkt Ja, kann ich Okay, nice Das ist mein Ziel Ich muss hier direkt Okay Ich brauche einen etwas kleineren Sprung Aber das sollte hinhauen Ah, das könnte Und wenn ich einfach laufe Geht das vielleicht schneller Na, das reicht nicht Das reicht nicht Aber das Problem ist halt, dass ich da anhalt Wait, wenn ich So kann Ah, so bin ich am schnellsten Nice Okay, so bin ich am schnellsten Jetzt bin ich allerdings hier nochmal gebombt Das wollte ich natürlich nicht Ja, das reicht nicht Es reicht noch nicht Aber Aber Ich habe ja noch einen Also ich habe noch Einen kleinen Puffer Habe ich noch Den ich rausholen kann Einen kleinen Puffer Habe ich noch Ja, ja, ja Einen kleinen Puffer Habe ich noch Mal gucken, ob das reicht Ich glaube die Zeit Die da Die wir da sehen Ah, Mist Das war Quatsch Die Zeit die wir da sehen Ist noch nicht optimiert Die Zeit die wir da sehen Ist noch nicht optimiert So ist gut So ist gut Und jetzt Gleich da rein Nice, nice, nice Das war schneller Das war schneller Jetzt muss ich hier aufpassen Ja, genau deswegen Genau deswegen Aber hier direkt den mitnehmen So ist gut So ist gut Hier rein Nice Ich glaube viel schneller Geht das hier oben nicht mehr Und dann hier Okay Viel schneller als das Wird es aber auch nicht mehr Das ist kritisch Es ist schneller als vorhin Aber Naja Ich glaube es reicht noch nicht Es ist ganz knapp Es ist ganz knapp Es ist wirklich kein schlechter Rekord Aber das war zu hoch Ich bin zu hoch gesprungen Und dafür dass wir ja Jetzt wirklich von Sekunden hier reden Um die es geht Macht das schon wieder aus Jetzt Das reicht nicht Das reicht nicht Aber das Das reizt mich jetzt Da fehlt nicht mehr viel Da fehlt nicht mehr viel Da fehlt echt nicht mehr viel Am liebsten wäre es mir Ich könnte direkt in die Röhre springen Hä, was mache ich denn jetzt? Wie soll das denn jetzt gerade nicht hin? Hä? Hat doch gerade funktioniert Jetzt Von hier direkt in die Röhre Das würde ich gerne machen Das müsste doch irgendwie gehen Weiß ich nicht, ob das geht Wahrscheinlich geht es halt doch nicht Ah nein, wieso geht das jetzt nicht mehr? Wahrscheinlich geht es dann doch nicht Es geht nicht Es geht nicht Es reicht nicht Und das ist das Da fehlt noch ein bisschen zu viel Zeit Da fehlt noch ein bisschen zu viel Zeit Das ist das Problem Oh no Das ist das Problem Da fehlt noch zu viel Zeit Nein Okay Ich muss jetzt sofort los Alles andere ist Quatsch Nein Mist Ich konnte nicht springen Nein, das war nichts Ja, das war das war Ja, das war das war Komplett war schwarz Das ist noch zu langsam Das ist noch zu langsam war Das ist aber noch mal schneller gewesen Das ist bisher meine Pibi Das ist bisher meine Pibi in dem Level Es dreht sich alles darum, wie man hier in die Röhre reinkommt Das ist das Ding Das ist das Ding Hier muss man schnell reinkommen Und alles andere Gut und hier dann schnell Ja, das war ein bisschen schwachsinn Dann kann ich schon aufhören Das hier ist alles Das geht alles nicht mehr schnell Es geht nur noch um die Röhre Wenn ich da noch ein Ticken schneller reinkomme Dann ist das mein Sieg Scheiße War das schneller? Keine Ahnung Glaube nicht Und hier halt Wenn ich da vielleicht noch eine Möglichkeit habe Es reicht nicht Es reicht nicht Es reicht nicht Es reicht nicht Es reicht einfach nicht Es reicht einfach nicht Das ist so ein Millisekündchen Das gibt es doch nicht Ist die wirklich schon so krass optimiert Dass man nichts mehr rausholen kann Nein Ich denke halt, dass ich da Wenn ich da runterrutsche von dem Ding Dass ich noch ein bisschen schneller reinkomme Als äh Ja Nein Verdammt Ah Mist Nein 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 und dann springt er manchmal einfach nicht war das schneller ich glaube nicht wenn so bisschen reingerutscht ich glaube das war langsamer jetzt eher das war langsamer das langsamer manche kann ich nichts mehr tun hier kann ich einfach nur noch fallen so das geht nicht schneller aber dass das in die röhre kommen wenn ich dann tricke ich muss irgendwas finden dass ich einen ticken schneller er hat das war wieder doch mario jumping ich hatte schon wieder merkt ihr dass da ist so ein input also nicht so ein input lag aber er hüpft einfach nicht sofort wenn ich das möchte oha war das schneller ich weiß es nicht aber man sieht ja auch nicht man sieht die millisekunde nicht jemand schneller ist vielleicht man sieht die millisekunde ja nicht er hüpft einfach er soll hüpfen nachdem er landet er braucht zu lange was ist das erst er zögerten ganz kleinen moment nachdem er gelandet ist ich kriege nicht sofort los ich kriege ihn einfach nicht sofort los ah man hergerlich es reicht nicht es reicht einfach nicht aber wir sollten es jetzt lassen wir sollten es jetzt lassen das war jetzt noch das war jetzt noch schlechter als sonst wir sind jetzt gleich bei 50 minuten wieder mein das ist jetzt mit bonus content weltrekordversuch ist bonus content oder so ok das war schon wieder ich meine das war schneller aber jetzt muss ich halt darf ich halt das hier wieder nicht versauen sagte er versaut ist komplett er hüpfte ich habe jetzt so oft auf diese taste gedrückt nein und da muss ich ein ticken noch das wäre es gewesen da muss ich ein ticken noch bremsen vorher in der luft er hüpft nicht warum hüpfst du nicht das wollte ich nicht oh mein gott schneller komme ich nicht in die röhre da jetzt darf ich es nicht versauen jetzt darf ich es nicht versauen jetzt habe ich bin hier ein bisschen verrutscht ich weiß nicht ob das ich bin am schluss verrutscht ich bin am schluss verrutscht ich bin am schluss ich bin am schluss wir haben noch nach oben fünf versuche fünf mal noch ins ziel kommen dann höre ich auf Okay, noch vier. Ach, scheiße. Noch drei. Ah, Mann, dass er nicht hüpft. Noch zwei. Den zähl ich nicht. Ich hasse das, wenn er nicht springt. Noch zwei. Noch einer. Okay, das war's. Das hat nicht sein sollen, aber ist in Ordnung. Ist okay. Ist okay. Wir waren nah dran. Wir waren sehr nah dran, muss man sagen. Wir waren wirklich sehr nah dran. 4,33 ist das Nächste, wo ich hinkomme. Die letzte Millisekunde kriege ich einfach nicht mehr raus. Die kriege ich nicht mehr raus. Ist okay. Ist okay. Wir waren nah dran. Gut, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe diesmal konntet ihr mich gut hören. Und sage Tschüss. Tschüss. Schік für's. Tschüss. Sch someplace. Alles. Vielen Dank.